Ja, liebe Leute, hier ist wieder euer Razer LP und heute wieder mit einem kleinen Ankündigungsvideo, was einer Kanalstrukturierung vorausgehen wird. Die aktuellen Infos sehen damit so aus, dass sich die Infos aus dem letzten Video ein wenig ändern, eigentlich nur auf einen Punkt beziehen. Und zwar ist das Torchlight 2. Torchlight 2 wird nämlich nicht kommen, da habe ich leider ein paar Probleme mit dem Let's Play und so. Also das werde ich leider nicht so bringen können, wie ich mir das vorgestellt habe und das ist zwar auch ein bisschen schade, aber ja, es wird kein Torchlight 2 geben, das ist der Stand. Diablo 3 bleibt weiter abgebrochen und Deus Ex ist in einer langen, langen Pause, weil wegen Wurst halt, das habe ich so beschlossen. Und als neues Hauptprojekt auf meinem Kanal werde ich dann jetzt anfangen mit der kompletten Assassin's Creed Reihe. Ja, ich weiß, das wird voll lange dauern und so, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das, also nicht wir, aber dass ich das hinkriege. Und ja, was noch zu sagen wäre, es kommen wahrscheinlich nur noch ca. 3 Videos pro Woche, so im Durchschnitt mal vielleicht eins mehr, mal vielleicht eins weniger. Ich habe nämlich leider nicht mehr so viel Zeit aufgrund von Arbeit und Ausbildung, was mich jetzt auch ziemlich lange davon abgehalten hat, irgendwie was zu machen. Das hatte nicht nur mit der Arbeit zu tun, da war auch irgendwie kein Motivationsleck bei. Dafür entschuldige ich mich, aber ich versuche jetzt regelmäßig was zu bringen, versuche nicht mehr so viel zu machen wie vorher und mir damit die Lust ein bisschen länger zu halten. Und ja, wenn ihr euch also für Assassin's Creed interessiert, für die Reihe, was das Spiel so zu bieten hat, die Story, was weiß ich, ich werde demnächst mit Assassin's Creed 1 anfangen. Was heißt demnächst? Ich habe den ersten Part schon aufgenommen und werde den demnächst hochladen. Und das ist eigentlich nur das kleine Ankündigungsvideo, was dafür steht, hey Leute, hier geht es jetzt wieder los auf meinem Kanal. Ich bin euer RazerLP und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi!